Ja, ich bin hier, weil sich da einige Folidioten versammelt haben, um ihre homophoben Werte hier in die Öffentlichkeit zu tragen, um sich gegen Homosexualität, Sexualität einzustartig laut zu machen. Und ich finde es ziemlich absurd, dass heute Tage die Leute immer noch auf die Straße gehen, gegen Liebe, dahin, dass Menschen sich lieben, dass manche frei entscheiden, wen sie lieben oder als rechtes Geschlecht selbst sehen. Und ich finde es einfach lächerlich, dass die hier Angst haben, um ihre Kinder in der Schule, wenn die Kinder letzten Endes Menschlichkeit beigebracht kriegen sollen und einfach beigebracht kriegen sollen, selbst zu schauen, wer sie sind, wen sie lieben. Und deswegen bin ich heute hier, weil ich es einfach absurd finde. Es gibt so viel Scheiße auf der Welt und die verschwenden ihre Energie für sowas und das finde ich hier.